Just the Underwood Bates aus Kentucky hat ein riesengroßes Herz. Denn das Kleid, das sie am schönsten Tag in ihrem Leben trägt, bekommt zwei Jahre nach ihrer Vermählung einen neuen Sinn. Aus 1 macht 17, denkt sich die Amerikanerin und lässt ihr Hochzeitskleid in 17 Babykleider umnähen. Doch Abschiedsschmerz von ihrer weißen Robe verspürt die vierfache Mama nicht. Das Kleid bedeutet mir zu viel, um es einfach da hängen zu lassen und für die nächsten Jahrzehnte zu vergessen. Also habe ich es weggeschickt, damit es zu Enkelskleidern gemacht wird. Die winzigen filigranen Kleidchen werden an Familien verschenkt, deren Babys leider zu früh verstorben sind, sogenannte Engelskinder. Säuglinge mit diesem Schicksal kommen leblos auf die Welt. Die handgenähten Gewänder sind als kleine Hilfe für Familien gedacht, die gerade eine dieser tragischen Situationen durchleben müssen. Eines jedoch hofft Justy trotz ihrer rührenden Spende jeden Tag. Ihre Kleidchen sollen so selten wie möglich gebraucht werden.